Musik 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 Der temperamentvolle Irish Terrier, dessen Name bereits sein Ursprungsland Irland verrät, wurde schon vom amerikanischen Schriftsteller Jack London als Hund aus Gold, außen wie innen, beschrieben. Musik Seinem Besitzer gegenüber ist er stets loyal. Artgenossen gegenüber kann er aber schon mal aggressiv reagieren, wenn er sich provoziert fühlt. Die Engländer nennen das in ihren Rassestandards a little too ready. Geschichte und Herkunft des Irish Terriers Bei diesem Hund handelt es sich möglicherweise um die älteste der vier Terrierrassen Irlands. Man vermutet, dass der Black & Tan Terrier, den es heute nicht mehr gibt, einer seiner Vorfahren war. Sicher ist hingegen, dass diese Hunderasse seit 1870, zunächst in der Umgebung von Cork in Südirland, gezüchtet wurde und 1879 der Irish Terrier Club ins Leben gerufen wurde. Im Ersten Weltkrieg wurden die furchtlosen Vierbeiner als Botenhunde an der Front eingesetzt und stellten damit ihre hohe Intelligenz und Hartnäckigkeit unter Beweis. Das schottische Glasgow war die erste Stadt, in der diese Rasse ausgestellt wurde. Nach wie vor ist der Irish Terrier eher selten anzutreffen, da er nicht in größerem Ausmaß gezüchtet wird. Erscheinungsbild des Irish Terriers Seine Widerristhöhe liegt bei 45 bis 48 Zentimeter. Dabei bringt er ein Gewicht von 11 bis 12 Kilogramm auf die Waage. Die maximale Lebenserwartung liegt bei etwa 13 Jahren. Das Fell des Irish Terriers ist hart, drahtig und dicht, so wie es auch bei anderen Terrierrassen zu beobachten ist. Im Gesicht ist das Haar kurz, glatt und gerade. Lediglich die typischen angedeuteten Barthaare sind lang. Dabei ist das Fell des Hundes in Rot, Rotweizenfarben oder gelblich-rot vorzufinden. Manchmal ist ein kleiner weißer Fleck auf der Brust sichtbar. Die Ohren des Irish Terriers sind klein und v-förmig und oft dunkler als das restliche Fell. Wesen und Charakter des Irish Terriers Auch heute noch ist dieser Hund vielerorts ein beliebter Begleit- und Familienhund, der sich durch eine große Kinderliebe auszeichnet, aber auch anderweitig eingesetzt werden kann. Dem drahtigen und quirligen Irish Terrier werden terriertypische Eigenschaften wie hohe Aktivität und Mut nachgesagt. Er zeichnet sich durch sein enormes Selbstbewusstsein aus und tendiert dazu, sich selbst zu überschätzen. Unterwürfigkeit ist ihm fremd. Das erfordert eine besonders konsequente Erziehung und eine frühzeitige Sozialisation. Dabei wird dem Irish Terrier eine große Anpassungsfähigkeit zugesprochen. Er kann sowohl als Begleit- wie auch als Wachhund eingesetzt werden. In einigen Fällen wird diese Hunderasse sogar als Rettungshund ausgebildet. Während er seinem Besitzer grenzenlose Zuwendung entgegenbringt, ist er seinen Artgenossen gegenüber stets bereit, sich auf eine Auseinandersetzung einzulassen, wenn er sich provoziert oder angegriffen fühlt. Dabei macht er selbst vor größeren Hunden nicht Halt und benimmt sich recht respektlos, allerdings keineswegs erhöht aggressiv. Auf Gefahren oder eigene Verletzungen reagiert er mit äußerster Verachtung. Wie alle Terrier hat auch er einen starken, angeborenen Jagdinstinkt. Auslauf und Pflege des Irish Terriers Dieser aktive Hund bedarf enorm viel Bewegung und jeder Menge Beschäftigung. Um ihn genügend auszulasten, sollte man mit ihm einen Hundesport wie zum Beispiel Agility betreiben. Rassetypische Krankheiten sind die Bildung von Nierensteinen und eine digitale Hyperkeratose, eine erblich bedingte übermäßige Verhornung der Haut. Sehr positiv ist, dass der Irish Terrier nicht hart und sich somit gut für Allergiker eignet. Das wiederum bedeutet aber auch, dass er regelmäßig getrimmt werden muss.